Schnell mal eben das Pendel spülen. Schnell mal eben das Pendel. 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 Oder dann. Blüttemberg. Schnell mal eben das Pendel. Schnell mal eben das Pendel. lovers. mehr oder was? Ja, aber das ist ja ohne Zwischenschleuner. Der Kopf war nicht so gut, die leichte Bettwäsche mit den schweren Pullis. Die muss das abkönnen, das ist die teuerste Maschine unter den Haushaltsmaschinen. Die muss das abkönnen, wenn die wieder Schwierigkeiten hat, dann soll sie halt nicht schleudern, ja? Sonst hätte es keine Waschmaschinen gelten dürfen. Auch das hier werden. Ja...